hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja da liegt er da nieder mein lapin atst mal beispielsweise für die ganze firma und die ganze marke denn was musste ich denn da heute lesen in meiner mittagspause ja es gab da wohl eine riesen razzia oder eine ziemlich große razzia von der shanghai police die hat das nämlich selbst gepostet hier über das soziale netzwerk weibo das ist ja da in china eine große nummer und da haben sie geschrieben dass sie dort eine razzia durchgeführt haben und gleich vier leute festgenommen haben unter anderem den geschäftsführer von leppin und die haben da alles mögliche lahmgelegt sie haben drei lagerhäuser geräumt oder stillgelegt zehn produktionslinien und über 90 gussformen haben sie auch mal beschlagnahmt als beweismittel und 200.000 anleitungen und 200.000 verpackungsboxen und mehr als 630.000 fertiggestellte produkte in dem wert von 200 millionen jahren und ja wenn ich das mal richtig umgerechnet habe so auf die schnelle ist das ein wert von 26,6 millionen euro also ja ihr habt auch hier gesehen an den einblendungen die ich hier gebracht habe da ging richtig was ab und leppin scheint erst mal richtig auf dem boden zu liegen die sind platt wir sind echt gespannt wie das weitergeht ich habe dann als ich das gelesen habe direkt mal hier bei aliexpress in meine watchlist reingeschaut in meine beobachtungsliste und da waren schon massig sachen von leppin nicht mehr lieferbar also was habe ich getan ganz klar schnell noch was bestellt was ich schon lange haben wollte damit ich das noch bekommen kann mal ganz abgesehen davon ob man sich jetzt freut dass dieser böse china kopierer der ja klar die sind nicht auf der sauberen seite was hier copyright und alles angeht ganz klar das ist die dunkle seite der bricks denn die kopieren knallhart die lego sets kleine keine frage ist nicht in ordnung aber ich baue die sets einfach gerne gerade die sachen die es nicht mehr zu kaufen gibt und von daher habe ich mir noch schnell hier was geholt und habe zum glück noch einige sets da liegen die ich euch auch weiterhin vorstellen werde noch in zukunft ja aber wo man die im endeffekt dann noch kaufen kann das steht noch in den sternen denn wir wissen nicht genau ist leppin jetzt wirklich lahm gelegt oder haben die erstmal nur einen dämpfer bekommen und erholen sich wieder auf jeden fall gibt es erstmal einen engpass was leppin sets angeht und ja dann müssen wir sehen wie das weitergeht ob ein anderer hersteller in die breche springt oder das heißt in die breche in diese lücke rein krätscht und dann ja die kopierbranche dann weiter anführt oder ob leppin wieder auf die beine kommt erzähle ich euch nach der werbung das war natürlich nur quatsch das alles müssen wir abwarten wie sich das ganze entwickelt ob es mit leppin weitergeht oder nicht auf jeden fall finde ich schon mal krass dass sie jetzt in china dermaßen hart durchgegriffen haben man hatte doch immer ein bisschen mehr den eindruck dass denen das total egal ist klar es gab da im letzten jahr eine klage von lego und ja daraus resultiert wohl auch die razzia die jetzt hier durchgeführt wurde also ziemlich krasse nachrichten die lego leute die können sich freuen die die gerne leppin gebaut haben die ist das eine schlechte nachricht also leute die info wollte ich euch noch kurz bringen hier nachdem ich jetzt mal von der arbeit zu hause sind und ich muss auch gleich wieder los von daher wenn ihr noch leppin setzt bestellt habt irgendwo freut euch noch ich denke die werden noch kommen die lagerhäuser von den ganzen händlern die sind ja noch voll da wird noch abverkauft aber wie es da mit dem nachschub aussieht ja das müssen wir alle abwarten soviel zu den traurigen oder fröhlichen lego leppin klemmbaustein news je nachdem auf welcher seite ihr steht das wollte ich euch kurz sagen und damit sage ich vielen dank fürs zusehen und keine sorge nächste woche mittwoch wird es bei mir auch weiterhin ein neues klemmbaustein video geben auch unter anderem von leppin also bleibt dran bei mir geht es auf jeden fall weiter ich habe noch einiges auf lager also das war es jetzt wirklich macht's gut ich helfe dir mal wieder auf die beine muss ja irgendwie weitergehen